Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu neuestem Video und heute seht ihr einen kleinen Ausschnitt. Ich möchte mich erstmal entschuldigen, dass jetzt länger kein Video mehr kam, weil, oder, naja, ich hatte jetzt mein Abitur und ich habe mein Abitur jetzt auch zum Glück bestanden. Außerdem hier ein schönes 1 vs. 4 für die Leute, die sich ein bisschen für Rainbow interessieren, also ist eigentlich schon relativ schwer, würde ich mal behaupten, aber natürlich für mich kein Problem. Also ich hoffe, man hat den Spaß oder die Ironie daraus verstanden. Also wie gesagt, ich möchte mich entschuldigen, dass jetzt längere Zeit nicht mehr so das Video kam oder die Videos kamen. Die Streams wurden auch ein bisschen vernachlässigt, ganz klar, aber trotzdem möchte ich jetzt natürlich wieder gerne weitermachen und das ist quasi hier so das Ankündigungsvideo, dass ich back bin. Ich versuche jetzt oft ein Video rauszubringen, vielleicht setze ich mir sogar als kleine Challenge jeden Tag ein Video rauszubringen, aber das wird wahrscheinlich dann Anfang nächster Woche, wenn überhaupt, stattfinden. Aber ich bin mir echt nicht sicher und ich muss erstmal gucken, ob das alles so klappt. Ich habe natürlich jetzt auch noch viele Vorbereitungen zu treffen, da ich schon direkt am 1.8. im Unternehmen bin und am 1.10. dann anfange zu studiere. Also für die, die es nicht wissen, ich studiere dual und von daher kommt jetzt ein großer Schritt oder ein großer Lebensabschnitt, der beendet wurde und ein neuer beginnt. Was natürlich nicht zu unterschätzen ist und ich hoffe, dass die Zeit für YouTube dann noch bleibt, aber ich gehe mal positiv von aus und von daher könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was für Videos ihr gerne sehen möchtet. Wenn ich wirklich eine Woche bringe, so eine Only-Video-Woche, dann brauche ich natürlich ein paar Ideen und von daher würde ich mich über sehr viele Kommentare eurerseits freuen und ich hoffe natürlich, dass auch was kommt und ich hoffe natürlich, dass ihr seid damit einverstanden. Und von daher denke ich mal, dass es alles so läuft. Dann auf jeden Fall danke fürs Zugucken, bewertet nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Glocke aktivieren und ciao.